hallo ihre immobilienmakler auf mallorca sind wieder mit ihnen heute zeigen wir ihnen die ausgezeichnete zwei zimmer wohnung mit privatem garten in einer wunderschönen residenz mit garten und swimming pool in ruhiger lage in isa torre südküste von mallorca diese sehr gut aufgeteilte wohnung ist eine ideale option um das ganze jahr über hier in mallorca zu leben oder man nutzt die immobilie als ferienresidenz das anwesen ist sehr gepflegt mit markisen gefließterterrasse und garten mit schönen pflanzen sehr gepflegte anlage mit gartenanlage und großem gemeinschaftspol die wohnung hat eine wohnfläche von 92 quadratmeter und bietet ein geräumiges wohnzimmer mit essbereich und zwei verschiedenen ausgängen zum garten separate küche mit zugang zur waschküche zwei schlafzimmer und eins badezimmer vom privaten garten gibt es einen direkten zugang zum gemeinschaftsgarten und zum pool die residenz verfügt über einen großen garten zum spazieren gehen und entspannen die urbanisation von es a torre ist an der küste der gemeinde von lup major gelegen dieser ort befindet sich zwischen bahia grande und puigte roos und hat rund 3000 einwohner restaurants bars und freizeitmöglichkeiten sind nur wenige gehminuten entfernt der golf club von majoris und eine vielzahl an buchten sind sehr nah gelegen dies ist ein idealer ort für alle die ruhe suchen sa torre hat auch einen aussichtsturm von welchem aus man spektakuläre sonnenuntergänge genießen kann der flughafen ist innerhalb von 20 fahrtminuten erreichbar das zentrum von palma de mallorca liegt 18 kilometer entfernt hat ihnen das objekt gefallen wir würden uns freuen es ihnen zu zeigen kontaktieren sie noch heute alle unsere kontakte sind unter diesem video abonnieren sie unseren kanal um keine neuen videos zu verpassen oder Bis zum nächsten Mal.